Hallo, heute sind wir im Juropark. Musik Etwas toll ist, dass wir mit unseren Gärten auch Schnee benutzen können. Die magen das kalt, die brauchen das. Das ist obligatorisch für Kärs. Die sind von New Zealand und die arbeiten immer auf dem Boden. Wir haben Schnee von unseren Pinguinen und wir können immer Sachen verstecken, hier drin. Und die müssen das finden. Denn keiner von unseren Kärs wissen genau, was haben wir versteckt im Schnee. Dann für sie ist gleich wie ein Spiel. Musik Für diese Vogel ist das Enrichment sehr wichtig. Weil sie haben immer etwas zu tun. Sie möchten immer etwas machen. Sie sind sehr kurios. Alle Papageien sind so. Aber Kärs ist extrem. Sie sind sehr intelligent. Und das ist die Bedeutung, warum müssen wir immer neue Sachen geben. Neue Sachen verstecken. Und sie sind inquisitiv, sagen wir in Englisch. Aber für ihnen ist wichtig immer etwas Neues zu erfahren. Und das ist wichtig. Und viele Sachen sind wichtig für unsere Papageien, für ihre Parkes, für ihre Parkes. Richtung. Für ihre Parkes Fundation. Wir müssen immer aufpassen mit Ikea. Diesen Regiment ist interessant. Aber sie sind so aktiv, dass sie suchen mein Handy. Alles was ich hätte. Hier ein Schlüssel. Die können ganz schnell verstecken. Oder klauen. Das ist sehr interessant. Etwas können alle Leute hier im Papageien Kongress, die kommt jetzt am Ende September. Am 24. Fangen wir an. Mit vielen Überraschungen für 800 Leuten von ganzem Platz auf der Welt. Tschüss. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.